Hallo meine Lieben, hier ist wieder Kerstin's Hobby-Kanal mit einem neuen Video für euch. Und zwar möchte ich euch heute mein neues Magic-Buch vorstellen, was ich gebastelt habe. Den Buch Rohlings selber habe ich gekauft und dann verziert, so mit Charms, so eine Spinne, die Spinnweben habe ich mit Heißklebepistole gemacht und mit Wachspastegold dann auch so überstrichen. Hier habe ich mit Schablonen so einen Text aufgetragen. Hier ist so ein kleiner Totenkopfscharm dran, Türöffner. Und das Buch kann man so aufkloppen. Hier bist du ein Bild reingeklebt und ein Skelett distressed. Und hier ist ein Schrank mit vielen Zaubermittelchen gesetzt. Ich habe das auch alles aufgeklebt, damit das nicht immer rausfällt. Da seht ihr die Bücher, die ich selber gebastelt habe. Dann diese Glasflächen habe ich mir gekauft und gefüllt bzw. mit Acrylfarbe bemalt. Da ist so eine Kerze. Und unten sieht es so aus. So meine Lieben, das war's jetzt. Ich hoffe, dass euch mein kleines Bastelwerk gefallen hat. Und ich sag dann mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.